so die größte hitze ist vorbei wir haben extra bis zum lauen abend gewartet wie ihr seht stehen wir auch im trocknen denn wir bauen heute das terrassendach komplett fertig und das seht ihr heute in diesem video genau und teil 1 findest du unter dem video verlinkt ja wir wünschen euch ganz viel spaß dabei und damit wir am ende des tages auch im trockenen stehen oder sitzen können müssen wir noch die übrigen sparen montieren das ist dieser balken den stoff und ich gerade hier im bild tragen zwei äußere haben wir schon im letzten video montiert einmal den linken und einer rechten sparen um das ganze terrassendach auszurichten insgesamt haben wir sieben stück und fünf fehlen noch je nachdem wie breit das terrassendach bei euch wird und die fünf inneren die mutieren wir heute das ist wirklich ein kinderspiel sprich dank des abbunds dank dass der sparen schon fertig ausgefräst ist passt er wirklich passgenau in die wandfette und in die fußfette das ganze auf position gerückt dank den markierungen wirklich ein kinderspiel und dann wird das ganze von oben jeweils mit zwei schrauben verschraubt achtung die gummianlage die wir im ersten video schon bereits vormontiert haben sprich die glasauflage wo später dann unser vsg glas drauf kommt die könnt ihr dann über die schraube legen und dann wieder fest tackern dank der frauen power und dank der männer power haben wir diese fünf sparen wirklich innerhalb von wenigen minuten aufs dach gebracht und fest montiert und natürlich gutes werkzeug ich hatte beziehungsweise bei der gesamten bauphase habe ich hier diese zwei leiter mir besorgt und die sind wirklich unschlagbar wie immer findest du unten in der video beschreibung alle infos zu diesem projekt und auch das nötige werkzeug was du jetzt in diesem video siehst das wirst du noch mal alles genau aufgelistet finden und jetzt bereiten wir unsere aluminium profile vor im ersten profil zeichnest du die bohrpunkte an im anschluss überträgst du mit hilfe eines winkels die bohrpunkte auf die anderen profile in der mitte findest du eine rille die zeigt immer ganz genau die mitte an dann musst du das ganze mit einem metallbohrer vor und wir sind schon fast fertig mit der vorbereitung noch links und rechts ein anschlaggummi hineingezogen das kannst du einfach hinein ziehen und dann müssen wir noch ein abtropfwinkel anbringen diesen fixierst du mit zwei selbst schneidenden schrauben und fertig sind unsere andrucksprofile die halten später das glas mit den sparen zusammen fest wir haben uns für verbund sicherheitsglas entschieden sprich vsg glas satiniert für die montage brauchst du schnittfeste handschuhe und ein paar glassauger wie jetzt hier im bild zu sehen wichtig ist bei der montage dass du darauf achtest dass die flächen von so einem glassauger immer schön sauber sind es kann nämlich sein wenn jetzt da zum beispiel ein steinkorn ist dass die funktion nicht richtig gewährleistet ist und dass sich so ein glassauger lösen kann das wäre natürlich fatal für unsere glasscheiben die eine länge von 5 meter 50 haben und eine ein gewicht von etwa ungefähr 100 110 kilo haben wir uns ein glas lift besorgt dieser hat auch solche sauger nur etwas größer vier stück an der zahl und mit diesem lift sagt ja schon der name kannst du das glas auf position hoch fahren das ganze bedienst du mit ein mit einer hand quasi mit einem knopfdruck einmal hoch und einmal runter fahren sprich du brauchst jemanden der den glas lift bedient und ein mann an der linken seite und einmal an der rechten seite und dann kannst du das glas quasi durch die sparen hoch führen den glas lift an der gewünschten position hin und her schieben und dann das glas vorsichtig ablassen sprich das ganze kannst du mit drei mann machen oder mit zwei männern und einer frau oder du hast sechs bis acht kräftige nachbarn dir immer ganz schnell einen halben tag helfen und die glasscheiben auf positionen bringen es gibt von der firma steht auch ein glas montage video es gibt nämlich eine spezielle technik wie du so eine scheibe auf dein dach bekommst das ist wirklich recht simpel und mit wie gesagt mit sechs bis acht mann für so großen scheiben auch kein problem ich finde diesen glas lift aber eine richtig richtig tolle idee das hat wirklich sehr viel spaß gemacht wenn man bedenkt du kannst du eine 100 kilo scheibe ungefähr vier meter hoch in die luft bringen und das ganze elektrisch und die dann sanft ablassen und das ganze passt sogar in ein suv in einen kofferraum hinein wer uns auf instagram folgt der hat wahrscheinlich den ein oder anderen post von dem glas lift in meinen kofferraum gesehen wenn die ersten zwei schreiben dann sitzen könnt ihr auch schon die profilleiste oben anbringen wichtig ist dass sie das glasmaß vorweg noch mal kontrolliert und dann könnt ihr das ganze fest schrauben beim betreten der glasfläche sollte darauf achten dass sie immer zum sparen hingeht sprich versucht es wirklich auf dem sparen drauf zu gehen bei doppelsteg platten ist das so der kann ich euch wirklich empfehlen liegt durch eine bohle oben drauf oder eine große platte wo ihr euch darauf bewegen könnt im anschluss bringen wir dann die deckeleisten zum einsatz die wenn einfach auf die andrucksleisten oben mit einem schon hammer aufgeklopft und jetzt gibt es noch zwei punkte die wir erledigen müssen ja richtig das wand anschluss profil müssen wir setzen das ist eine aluminium schiene ungefähr 180 millimeter von der tiefe her und rein theoretisch bräuchten wir die jetzt nicht ihr seht der dachvorsprung der würde eigentlich genügen ich bringe sie aber trotzdem mit an und verwendet hierbei bitte kein sanitärsilikon das würde durch die witterungsverhältnisse und durch die uv strahlen pürös werden sprich der wand anschluss würde auf dauer undicht sein am ende schneidet ihr noch das überschüssige gummi vorne ab ja und fertig ist eure terrassenüberdachung ob es jetzt vsg sprich verbund sicherheitsglas sein soll satiniert klar oder in bronze oder entscheidet euch doch für doppelsteg platten dazu gibt es noch mal mehrere infos unten in der video beschreibung schaut dort einfach mal vorbei so abgeschlossenes projekt abgeschlossen ich danke dir für deine richtige kraft wie man für dieses projekt wie ich finde echt brauchte es ist wirklich massiv wunderschön ja leider gehört es nicht uns aber gut aber trotzdem ja es ist ja ein sehr schönes projekt geworden wenn ihr fragen habt oder anregung lasst ihr einfach als kommentar da wir versuchen die zwei antworten du auch ne und ich auch ja und wir hoffen euch ja das ganze projekt gefallen und ich würde sagen bis zum nächsten oder aufs nächste projekt ne ciao genau tschüss schon zweimal willst du gar nicht trinken hab schon ach so leckerer schön mit erdbeeren und minze das ist ja gut gemacht so was machen wir jetzt das bauen wir uns auch eine terrassenüberdachung bei uns zuhause haben wir genug geübt hier eine markise hier brauchen wir noch eine markise eine aufdach markise die die hitze gleich von vornherein fernhält hier